Ich selber frage an diesen Preisen eigentlich nichts dir nach. Die Sachen musst du dann auch noch mal abstauben. Aber mein Bühnenpartner, der hat noch nie etwas Rechtes gewonnen. Der hat auch schon noch Freude. Und jetzt sind wir ja mit was würde Elvis sagen für den Swiss Comedy Award nominiert. Und ja, einfach wegen ihm wäre es schön, wenn ihr mir eure Stimmen würdet geben. Weil, ja, ich meine, so wollten sie ein wenig trümelig, aber ehrlich gesagt, ich selber hätte Bono Freude.